Mein Name ist Christiane Sachau, ich bin 21 Jahre alt und mache seit einem Jahr meine Ausbildung zur Technischen Systemplanerin in der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme bei der Stadt Flensburg. Die Stadt Flensburg ist zuständig für alle öffentlichen Gebäude, das sind die Schulen, die Kindergärten und die Museen und meine Aufgabe ist es, die ganzen Elektroinstallationen einzuzeichnen und dafür arbeite ich hauptsächlich am PC, gehe aber auch immer mal wieder auf die Baustellen, um zu kontrollieren, ob vor Ort auch alles so umgesetzt wird, wie wir das planen. Also wenn man bei der Stadt Flensburg arbeiten möchte, dann sollte man auf jeden Fall offen sein. Teamfähigkeit ist sehr wichtig, da man immer mit anderen Bereichen auch zusammenarbeitet und Kommunikation. Ich sorge dafür, dass in unseren Schulen und Kindergärten im Elektrobereich alles an der richtigen Stelle sitzt.